Überraschendes Liebesaus bei Meryl Streep 1978 geben sich die Schauspielerin und der Künstler Don Gummer das Ja-Wort. In den darauffolgenden Jahren machen ihre vier gemeinsamen Kinder das Glück komplett. Doch es soll nicht die Liebe für immer sein. Meryl und Don verkünden nach 45 Jahren Ehe ihr Liebesaus. Der Sprecher des Ex-Paares erklärt in einem Statement, Obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden. Die 74-Jährige und der Künstler sind bereits seit sechs Jahren getrennt. Weder Meryl noch Don äußern sich bis dato zu den Gründen der Trennung.